Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Film geht es um Äther, ihre Reaktionen. Das Video ist vorgesehen für das Gymnasium, die Kursphase und dort für den Grundkurs. Der Film ist folgendermaßen aufgebaut. Im ersten Teil allgemeines möchte ich kurz etwas über die Äther-Reaktivität sagen. Der zweite Teil beschäftigt sich mit einer wichtigen Äther-Reaktion, der Äther-Spaltung. Im dritten Abschnitt gebe ich ein Beispiel an, wie Oxoniumsalze hergestellt werden können. Im vierten Teil werden wir kennenlernen, wie sich aus Äthern Pteroxide bilden. Im fünften und letzten Teil schließlich werde ich zeigen, wie bei der elektrophilen Substitution an aromatischen Verbindungen eine Äther-Gruppe den zwei Substituenten dirigiert. 1. Allgemein Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com